Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5, das ist Jugendbeteiligung, jetzt wirklich ernst nehmen als Betreff, Einreicher ist die SPD-Fraktion, sie könnte uns ihn zunächst einbringen, dann haben wir ein Rederecht und dann haben wir einen Ersetzungsantrag der CDU. Sie macht es direkt, das Rederecht, dann darf ich Frau Koch was, glaube ich, Frau Koch, darf ich nach vorne bitten, Sie haben das Wort, wie alle anderen hier, fünf Minuten Redezeit. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, vielen Dank erstmal, dass ich nach so langer Zeit nun doch die Möglichkeit habe, für diesen Antrag hier zu sprechen, aus Sicht der Jugend. Da in Dresden immer noch sehr gerne und sehr viel Auto gefahren wird, würde ich Sie ganz gerne kurz auf ein kleines Gedankenexperiment mitnehmen, was Ihnen relativ leicht sein dürfte. Stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor, die Dresdner Stadtpolitik wäre ein Kleinbus. Sie alle sitzen vorne, logischerweise als Stadträtinnen und Stadträte am Steuer. Auf dem Beifahrer sitzen neben Ihnen Ihre engsten BeraterInnen, Parteimitglieder, wen auch immer Sie da sich vorstellen. Direkt dahinter in der Reihe sitzen die Wählerinnen und Wähler, denn die haben Sie ja schließlich hierher gebracht. Ganz hinten allerdings in der letzten Reihe, so kurz vorm Kofferraum, da sitzen die Kinder und Jugendlichen in Dresden, die noch nicht wählen dürfen. Denn die haben es momentan leider sehr schwer, in dieser Stadt mitzusprechen. Und von der letzten Reihe ist es auch ehrlich gesagt ziemlich schwer, sich Gehör zu verschaffen. Vor allem, wenn dort zum Beispiel das Radio läuft oder das Navi oder Fraktionen sowieso gar nichts darauf geben, was junge Menschen überhaupt wollen. Aber eben diese Menschen, junge Menschen, haben es verdient, ernst zu nehmen. Denn sie haben gezeigt, vor allem in den letzten Monaten, dass ihnen Meckern nicht reicht. Jugendliche zeigen das bei den Fridays-for-Future-Demos in Dresden oder auch in ganz Sachsen und eigentlich weltweit. Sie zeigen es bei Artikel 13-Demos und sie zeigen es bei jeder einzelnen Demo gegen RechtspopulistInnen dieser Stadt. Und genau diese jungen Menschen haben es verdient, endlich mitreden zu dürfen. Der Jugendrat hat vor der Europawahl eine Kampagne gestartet mit dem Titel »Lasst mich bzw. lasst Sie wählen«. Und ja, natürlich wäre meiner Meinung nach der erste und wichtigste Schritt, endlich das Wahlalter abzusenken, auf verschiedensten Ebenen. Aber ich finde, es ist nicht in Ordnung als Stadt, sich so lange zurückzulehnen, bis es so weit kommt. Ich finde, auch als Stadt Dresden sollte man Kinder und Jugendliche jetzt endlich ernst nehmen, denn die letzte Rückbank im Kleinbus reicht einfach nicht mehr aus. Ich bin sehr dankbar für diesen Antrag. Ich habe in den letzten Wochen unfassbar viele Gespräche geführt mit sehr politisierten, jungen Menschen, die aber eben nicht mehr nur auf Demonstrationen gehen wollen, sondern wirklich die Stadt mitgestalten. Und ich finde, dieser Antrag eröffnet die Möglichkeit, verschiedene, auch sehr niedrigschwellige Angebote, nämlich nicht nur ein Jugendparlament, das oft eh schon politisch engagierte Menschen zieht, sondern auch konkrete, stadtteilbezogene Projekte zu starten oder zu gucken, was gibt es denn, was gibt es schon, was können wir besser machen. Ich finde, das macht dieser Antrag sehr gut, denn er zeigt, was gibt es, was braucht es, was wollen junge Menschen, was können wir besser machen. Deswegen hoffe ich sehr, dass dieser Antrag hier heute eine Mehrheit findet und dass wir damit endlich Schluss damit machen, über die Köpfe junger Menschen in Dresden hinweg zu entscheiden. Liebe Stadträteinnen und Stadträte, Sie müssen gar nicht mal gleich das Steuer komplett aus der Hand geben. Aber bitte rotieren Sie doch einmal in Ihrem Kleinbus oder geben Sie den jungen Menschen wenigstens das Navigationssystem. Dankeschön. So, jetzt wäre die Chance, den Ersetzungsantrag für die CDU einzubringen. Das macht der Krüger. Dann, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen Stadträte. Zur Geschichte dieses Antrags gehört ja dazu, dass wir als CDU-Fraktion, wenn auch bereits nun fast schon ein Jahr her, einen Antrag entsprechend gleichen Namens-Jugendbeteiligung ernst nehmen eingebracht haben. In der Tat, was hat dazu geführt, dass dieser Antrag heute in anderer Form seitens der SPD-Fraktion entsprechend neu angebracht wird? Wir haben ja mit der Einrichtung einer neuen Stelle hier der Kinder- und Jugendbeauftragten in der Stadt gemerkt, dass dieser Ursprungsantrag, der genau diese jetzt gerade von meiner Vorrednerin beschriebenen Zielstellung eben in einer Form verwässert wurde und vor allem in Form einer selbstbeschaffenden Arbeitsmaßnahme so verändert wurde, dass wir einfach über die Monate hinweg uns nicht entschließen konnten, diesen Antrag zuzustimmen. Infolgedessen haben wir dann auch in den Beratungen des Jugendhilfeausschusses, und der ist ja dann entsprechend auch votiert worden mit verschiedensten Änderungen, haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir an diesem Antrag, der dann von SPD im Nachgang und dann im Jugendhilfeausschuss beschlossen wurde, so verwässert wurde, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen auf das Maß zurückgehen, denn das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung liegt uns, so liegt es ja auch entsprechend hier vor, entsprechend ernst, wollen wir auf unseren Ursprungsantrag und deswegen bringen wir diesen als Ersetzungsantrag ein, allerdings mit dem geänderten Datum ebenfalls 30.06.2019. Ansonsten diesen Antrag bringen wir ein, ansonsten zu dem Ersetzungsantrag bitte ich einfach auch hier meine Fraktion, dann auf das Votum hier vorne entsprechend zu achten. Wir wollen das Ganze erstmal von der Verwaltung prüfen lassen und nicht von vornherein mit Festlegung, denn das, was in dem viel weitergehenden Antrag von SPD und im Jugendhilfeausschuss beschlossen wurde, dort sind ja schon Vorfestlegungen umfänglichster Art enthalten, das wollen wir nicht. Wir wollen das Ganze varianten- und inhaltsoffen gestalten, deswegen bitten wir um Zustimmung zu unserem Ersetzungsantrag. Vielen Dank. Damit haben wir den Ersetzungsantrag eingebracht, wir steigen ein in die Fraktionsrunde, jetzt wird die Bürgerfraktion beginnen, wird das Wort gewünscht? Nein, dann CDU noch einmal, hat gerade eingebracht in der Fraktionsrunde, kein Bedarf. Linke, Herr Kießling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, vielleicht sind wir ja im Nachwahlkampffrieden, aber dass man das, was der Jugendhilfeausschuss in vielen Debatten erarbeitet hat, dann als Verwässerung bezeichnet, das ärgert mich dann schon etwas, er präzisiert nämlich macht genauer und schreibt sozusagen einen Weg vor, wie man zum Ergebnis kommen kann und es ist natürlich in diesem Beteiligungsum, er legt keine Ergebnisse fest, lesen Sie es einfach noch einmal genau, er sagt nämlich, es wird eine Prüfung, eine Planungsgruppe ins Leben gerufen mit Mitgliedern und die soll sich umschauen, überall in dieser Republik und es gibt ja Bundesländer, in denen ist der von Ihnen im Ursprungsantrag, ganz am Anfang zitierte Paragraf, schon viele, viele Jahre in den Gemeindeordnungen, er soll sich also überall umschauen und schauen, was gibt es für gute Beispiele gelingender und gelungener Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, weil das kann man eben nicht so einfach runterbrechen, also ich habe Frau Koch zugehört, man hat auch gemerkt, ich fahre ab und zu Auto und da ist ein Kind hinten und jeder, der ein Auto hat und mit dem Kind hinten fährt, weiß, das Kind meldet sich schon, wenn es was will und sagt sehr deutlich, wenn ihm die Musik nie passt oder wenn es gerne aussteigen möchte, also es ist sozusagen so ein Ding, wo man sagt, da wird ein Beispiel genommen, aber es hat mit der Realität wenig zu tun. Ich finde zum Beispiel eine Frage, die mich sehr bewegt, ist, wie kommen wir weg von der Praxis, dass man Jugendbeteiligung als einen punktuellen Punkt begreift, sondern kommen hin zu dem Lesen der Gemeindeordnung, auch der Sächsischen, als eine Aufgabe, tatsächlich alle Kinder und Jugendlichen zu beteiligen, eben nicht nur diejenigen, die laut rufen oder die schon einen Plan haben oder die aktiv sind. Ich lese unsere Gemeindeordnung so, dass wir geeignete Verfahren finden müssen, alle jungen Menschen dann zu beteiligen, wenn Planungen und Vorhaben ihr Leben berühren. Das ist eine extrem spannende Frage, weil was sind denn Planungen, die das Leben von Kindern und Jugendlichen berühren? Extrem spannend. Wie können wir denn die Fragen, die in solchen Planungen auftauchen, so Kindern und Jugendlichen stellen, dass ihre Antworten auch relevant sind? Was machen wir am Ende mit den Antworten? Wie lassen wir sie einfließen? Ich will ein Beispiel nehmen, sozusagen aus der Sichtweise der kinderfreundlichen Kommune. Es gab zum Beispiel die sieben Leitfragen der Kinderfreundlichkeit. Eine der Leitfragen der Kinderfreundlichkeit war, wir müssen Kindern unsere Welt als veränderbar begreiflich machen. Junge Menschen wachsen nämlich scheinbar in eine gültige Welt hinein. Sie wachsen auf und alles, was sie vorfinden, gilt erst mal. Und ab wann kann man mit jungen Menschen verhandeln und sagen, das, was du vorfindest, ist insgesamt an jeder Stelle durch deine Einwirkung veränderbar. Aber nicht, weil du jung und laut bist, sondern im Diskurs. Aber die Erfahrung, das es zu verändern, ist ganz wesentlich. Deswegen hat der Jugendhilfe-Ausschuss in der letzten Runde noch einen Experten oder jemanden aus dem Bereich kinderfreundliche Kommune eingefügt. Das sind extrem spannende Debatten. Und deswegen denke ich, ist das, was der Jugendhilfe-Ausschuss gemacht hat, hat eben keine Verwässerung, sondern ein auf sehr hohem Niveau durchgeführter fachlicher Diskurs über diese Fragen. Wir hoffen, dass es irgendwo in dieser Republik vielleicht schon gute, geeignete Verfahren gibt, die alle beteiligen. Ich kenne bisher tatsächlich persönlich immer nur punktuelle Methoden, wo mal im Parlament gebildet wird, eine Gruppe, wo bei einem konkreten Spielplatz mal gefragt wird. Aber vielleicht gibt es das. Wir wissen es nicht. Aber das kostet ein bisschen Rechercheaufwand. Da braucht man Fachleute dazu. Und dann können wir schauen, was können und wollen wir uns in Dresden auf der Ebene einer Großstadt, in sich vielfältig gegliedert, davon denn umsetzen. Und dann, wenn wir dann wissen, was wir umsetzen, wenn wir vielleicht auch mit Kindern und Jugendlichen darüber reden, was denn aus ihrer Sicht geeignete Verfahren sind, dann kommen wir zum Punkt, wo in einem Konsens, vielleicht auch in einem generationenübergreifenden Konsens, wir sagen, ja, das ist ein Weg, Kinder und Jugendliche korrekt, gut und von ihnen akzeptiert zu beteiligen. Und deswegen bitte ich Sie, den Bericht des Jugendhilfeausschusses zu dem Antrag anzunehmen und nicht den, das sozusagen den etwas das Rad zurückdrehen, Ersetzungsantrag der CDU. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 die Grünen, Frau Siebmeicher. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste im Livestream. Ja, die CDU hat vor über einem Jahr einen Antrag eingereicht, der den Stadtrat im Titel dazu auffordert, Kinder- und Jugendbeteiligung ernst zu nehmen. Und ich muss schon sagen, dafür, dass es Ihnen so wichtig ist das Thema, haben Sie sich ganz schön viel Zeit gelassen. Dieser Antrag wurde immer und immer wieder im Stadtrat ohne Begründung von der Tagesordnung genommen. Und es ist gut, dass die SPD-Fraktion jetzt hier die Initiative ergriffen hat und die Version des Jugendhilfeausschusses erneut einbringt. Denn es ist ein wirklich wichtiges Thema, dass es uns gelingt, junge Menschen zu informieren und auch mitzunehmen in dem, was wir hier im Stadtrat entscheiden. Dass junge Menschen viel zu wenig einbezogen werden, sieht man zum Beispiel am Altersdurchschnitt im Stadtrat. Über die Ursachen können wir streiten. Aber das bedeutet ja nicht, dass junge Menschen unpolitischer sind als Erwachsene. Fridays for Future, das wurde angesprochen, beweist uns seit mehreren Monaten, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und dass Greta Thunberg eine weltweite Jugendbewegung für Klimaschutz ausgelöst hat, die in Deutschland einen ganz starken Zulauf hat. Letzten Freitag haben in Dresden ca. 5000 junge Menschen für eine wirkliche Klimapolitik demonstriert und auch uns im Stadtrat zum Handeln aufgefordert. Und ich möchte, dass wir das hier alles auch ernst nehmen. Kinder und Jugendliche müssen in politische Entscheidungen einbezogen werden. Das ist ja gutes Recht, denn schließlich wird durch unsere politischen Entscheidungen auch ihr Leben beeinflusst. Und wenn wir beim Thema Klimapolitik bleiben, dann wird auch über die Lebensgrundlagen in unserer aller Zukunft entschieden. Aber es bestehen mehrere Probleme aus meiner Sicht. Die Interessen von jungen Menschen werden leider immer noch viel zu sehr auf Jugendpolitik verengt. Wir sollten ihnen die Möglichkeit geben, in die Gestaltung ihres Stadtteils, ihres Schulweges und auch ihres Lieblingsparks wirklich einbezogen zu werden. Zweitens. Oft wird das Interesse an politischen Entscheidungen gar nicht erst geweckt von uns, weil Kids eben nicht das Amtsblatt lesen oder die Lokalzeitung. Wir sollten ihre Infokanäle nutzen und sie darüber informieren, was Stadtpolitik entscheiden kann und auch schon entschieden hat. Zum Beispiel über Instagram. Eigene Ideen und Wünsche junger Menschen kommen, seien wir doch mal ehrlich, viel zu wenig bei uns Kommunalpolitikerinnen an. Wir müssen die Wege gehen, um die Anliegen junger Menschen zu erkennen. Nur dann werden sie Demokratie verstehen und bestenfalls schätzen lernen. Und es geht hier um das Vertrauen in Demokratie. Es geht nicht nur um eine Beteiligung per Zwang. Der Beschluss, der jetzt heute als Antrag der SPD zur Abstimmung steht, findet unsere breite Unterstützung und er baut auf auf einiges, was wir in den letzten Jahren erreicht haben. Und worauf wir Rot-Grün-Rote auch stolz sein können, meine ich. Zum Beispiel ein Rahmenkonzept zur Demokratieförderung 2016. 2017 wurde das erste Unabhängige Kinder- und Jugendbüro in Dresden eröffnet. Wir haben seit 2017 auch erstmals eine Kinderbeauftragte, die den Oberbürgermeister unterstützt, bei Anliegen der Verwaltung und auch Kinder und Jugendliche mehr einbezieht, in Stadtratsthemen. Und wir haben einen Projektfonds zur Absicherung von Jugendbeteiligungsformaten im Jugendhilfeausschuss. Der nächste Schritt muss nun sein, junge Menschen wirklich verbindlich an den Entscheidungen zu beteiligen. Denn nichts ist frustrierender als Scheinbeteiligung. Das gilt für junge Menschen genauso wie für uns Erwachsene. Die Motivation, sich einzubringen, schwindet eben, wenn unklar bleibt, welchen Einfluss sie tatsächlich haben. Es gibt keinen Anspruch auf Durchsetzung der eigenen Interessen. Dafür braucht es demokratische Mehrheiten. Das ist uns allen klar. Aber wir Grüne sind überzeugt, es sollte einen Anspruch auf verbindliche Bürgerbeteiligungsverfahren geben. Wir waren die treibende Kraft bei der Erarbeitung der neuen Bürgerbeteiligungssatzung. Und wir haben erreicht, dass jetzt Jugendliche zwischen 14 und 18 erstmals eigene Themen in den Stadtrat einbringen können, wenn sie genügend Unterstützerinnen für Anliegen finden. Auch der Verwaltung, dem Oberbürgermeister, den Beiräten und Räten sollte die Möglichkeit gegeben werden, mehr Kinderbeteiligungsformate durchzuführen. Ich erzähle das alles, weil es zeigt, wie vielfältig Kinder- und Jugendbeteiligung ist und wie sie umgesetzt werden muss. Wir stimmen dem Antrag der SPD-Fraktion zu, so wie er vom Jugendhilfeausschuss mit viel Fachexpertise auch weiterentwickelt wurde. Und wir hoffen auf eine breite Mehrheit. Danke. Wird FDP das Wort gewünscht? Herr Niederfall, AfD das Wort gewünscht? Herr Kielke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte. Ich war am Anfang, wo ich hergekommen bin, zu diesem Tagesordnungspunkt, war ich dafür und sagte, da will ich zustimmen. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, was ich so gehört habe. Fridays for Future haben wir gehört. Wir alle haben Wahlkampf hinter uns. Und die, die von Ihnen aktiv auf der Straße Wahlkampf gemacht haben, wird doch bestimmt oftmals mit den Jugendlichen ins Gespräch gekommen sein. Hauptargument der Jugendlichen, es ist ein Tag frei. Das ist nun nicht wirklich, das ist, Entschuldigung, das wurde mir so in aller Deutlichkeit gesagt, das mag dem einen oder anderen nicht gefallen, Entschuldigung, es sind nicht meine Worte, ich zitiere bloß. Kinder und Jugendliche sind Kind und Jugendliche und sollten diese auch sein. Sie müssen nicht politisch indoktriniert werden. Und das ist die Frage, haben wir eine politische Indoktrinierung oder haben wir hier tatsächlich den großen Effekt? Und darüber denken Sie mal bitte nach. Und wie gesagt, ich bin hierher gekommen, mit der Maßgabe zu diesem Tagespunkt zuzustimmen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das eine gute Entscheidung ist. Kinder, Kinder sollte man nicht instrumentalisieren, weil das sind Kinder. Vielen Dank. So, damit wäre die Fraktionsrunde beendet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Krüger. Da ist der CDU-Fraktion, da antrage ich und alle, dass unser Ersetzungsantrag abgelehnt wird. Eine punktweise Abstimmung des Wiedenswilfe-Ausschussberichtes. Dazu im Punkt 2 die Speichung des letzten Anspriches. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Schlusswort gewünscht. Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann können wir zur Abstimmung schreiten. Dann haben wir zunächst als weitestgehend den CDU-Ersetzungsantrag. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Enthaltung? 31 Ja, 33 Nein. Eine Enthaltung, damit wäre abgelehnt. Wir kommen damit zu den Änderungsanträgen. Zunächst würde ich den letzten Anstrich in Punkt 2, die Streichung, zur Abstimmung stellen. Eine Expertin aus dem Bereich kinderfreundliche Kommune. Wer für diese Streichung ist, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Stimmenthaltung? Das ist irrelevant. 30 Ja, 35 Nein. Keine Enthaltung, damit abgelehnt. So, dann ist beantragt worden, und das wäre dann gleichzeitig immer die Schlussabstimmung, dass wir punktweise abstimmen. Wer dem Punkt 1 seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? 61 Ja. 63 Ja, keine Nein, zwei Enthaltungen, wäre so angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Punkt 2. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? 2. 63 Ja, keine Nein, zwei Enthaltungen. Damit auch so angenommen. Und dann kommen wir zur Abstimmung über den Punkt 3. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Stimmenthaltungen? Eine. 34 Ja, 31 Nein, eine Enthaltungen, damit angenommen. Den bitte ich jetzt um das, was wir uns über ihn anschauen. 4. 6. 6. 7.